Apache Felix ist die Basis für Karaf und Service-Max. Felix implementiert die OSGI-Spezifikation und bevor wir jetzt mit dem Service-Max loslegen, schauen wir uns erstmal den Felix an. Ja, ich lade mir den Felix herunter. Ich habe den Felix schon mal heruntergeladen und ihn packt und jetzt werde ich den mal starten. Dazu verwende ich die Java-Virtuelle-Maschine und führe hier diese Datei felix.jar mal aus. So, das ging ganz schnell. Ich bin jetzt auf so einer Art Shell und kann Kommandos eingeben. Mit Help lasse ich mir die mal anzeigen und das sind nicht allzu viele. Das sind so zwei Dutzend Kommandos. Und diese Kommandos sind aber schon gruppiert in solche Namespaces Felix, Gogo und OBR. Ja, ich kann Felix noch erweitern, da können noch viel, viel mehr Befehle dazukommen und beim Service-Max sehen wir auch, dass das eine ganze Menge werden und um die unterscheiden zu können, sind die in diesen Präfixen drin. Ich kann den Präfix jetzt angeben, zum Beispiel, dass ich sage, Felix, ich habe natürlich noch keine Completion hier, ich muss das alles selber tippen, Felix LB oder wenn es eindeutig ist, kann ich einfach LB eingeben. Das ist das Gleiche. Wir haben zum einen die Felix-Befehle, das sind Befehle rund um OSGI-spezifische Dinge und dann haben wir hier noch diese Gogo-Befehle und da seht ihr Echo, CAD, Format und so weiter. Das sind Befehle, die wir von der Shell kennen, die uns hier zur Verfügung stehen. Das heißt, wir sind jetzt zwar in Felix drin, haben aber trotzdem Möglichkeiten, die ähnlich der normalen Shell sind. Hier noch ein bisschen eingeschränkt, aber später sehen wir, dass es da noch mehr gibt und dann haben wir noch diese OBR-Gruppe mit dem OSGI-Bundle-Repository. Bei OSGI, da haben wir verschiedene Dinge und Technologien, zum Beispiel verwenden wir die Bundles, die Services im Service-Mix und da werfen wir zunächst mal einen Blick auf die Bundles. Ein Bundle, das ist die grundlegende Komponente oder Einheit beim OSGI und das sind jetzt auch gleich schon ein paar am Laufen und installiert. Ich schaue mir die mal an mit LB-List-Bundles. Da sehe ich, jedes Bundle bekommt hier, wenn es gestartet ist, eine ID. Ich habe momentan erst fünf Bundles am Laufen und da gibt es ein ganz spezielles Bundle hier am Anfang, das System-Bundle mit dem Level 0. Und ich kann jetzt diese Bundle stoppen und ich stoppe mal das System-Bundle und schon bin ich wieder draußen. Also durch den Stopp des System-Bundles wird der ganze OSGI-Container heruntergefahren. Schauen wir uns mal an, was denn alles so beim Felix dabei ist, wenn ich in das Verzeichnis reinschaue. Ich sehe jetzt hier das Bind-Verzeichnis mit dem Felix-Char, das wir gestartet haben. Das ist recht klein, gerade mal 700 KB. Das ganze Verzeichnis ist auch nur 2,5 MB, also eine super kleine Runtime, die ich im Prinzip überall laufen lassen kann, auch Embedded. Und auf der Basis ich meine eigene Anwendungen ausführen kann. Dann kommt hier nochmal ein Verzeichnis mit. Hier erkennen wir die vier Bundles, außer dem System-Bundle, die zusätzlichen Bundles. Also hier zum Beispiel die Shell oder das Bundle-Repository. Wir haben ein Verzeichnis mit der Konfiguration. Da ist jetzt eine einzige Datei beim Felix drin, das ist noch ziemlich schlank. Ich öffne mal die mal und ich sehe in dieser Konfigurationsdatei, die ist nicht allzu groß. Es gibt hier ein paar Optionen, wie beispielsweise hier für den Log-Level oder hier schon mal für einen HTTP-Port. Ja, aber mehr ist da noch nicht drin. Ich gehe zurück zum Verzeichnis. Ja, hier habe ich Dokumentation, das ist im Prinzip das gleiche wie auf der Webseite. Und dann nochmal ein interessantes Verzeichnis. Das ist jetzt da, nachdem wir Felix ausgeführt haben. Das ist der Bundle-Cache. In dem ist der Zustand verschiedener Bundles gespeichert. Ich kann jetzt den Bundle-Cache auch mal einfach wegwerfen. Und wenn ich dann Felix nochmal starte, ist Felix komplett jungfräulich. Jetzt möchte ich gerne ein eigenes Bundle installieren. Dazu nehme ich eine ganz einfache Jar-Datei, die ich hier draufbringe. Und ja, die Bundles sind auch nichts anderes als Jars. Allerdings, so ein richtiges Bundle enthält dann nochmal einiges an Meta-Informationen. Aber für unser Beispiel reicht mir jetzt einfach eine Jar-Datei, Install File. Ich gucke nach mit Low Bundle und tatsächlich, da gibt es jetzt ein fünftes Bundle im Zustand Installed. Install ist so der erste Zustand, wenn ich es reinlade. Von da kann ich es über Starting, das sehen wir nicht, das geht relativ schnell, wechseln in Active. Und ja, das mache ich mal. Dazu rufe ich einfach Start auf, Start 5 und gucke nochmal mit List Bundle. Ja, und mein Bundle hat gestartet. Es ist aktiv. Wir könnten jetzt die Klassen, die Packages verwenden, die in diesem Chart drin sind. Ich kann jetzt natürlich auch wieder das Bundle stoppen. Und ich kann das Bundle ja auch wieder deinstallieren. Resolved ist jetzt hier nochmal ein Zustand. Das bedeutet, dass das Bundle laufen könnte, aber momentan nicht aktiviert ist. Und mit Uninstall kann ich ein Bundle wieder entfernen. Die Bundles, die bringen einiges mit. Und die benötigen oft auch andere Bundles. Also es gibt Beziehungen, dass ein Bundle ein anderes benötigt. Ich kann mir das für ein Bundle anzeigen lassen mit Headers. Und wähle jetzt zum Beispiel einfach mal die Shell aus 4. Und jetzt sehe ich Informationen, die in der Datei normalerweise im OSGI-Bundle gespeichert sind. In dieser Datei gibt es Informationen allgemeine. Ja, wie heißt dieses Bundle, eine Beschreibung zu dem Bundle, Lizenz und so weiter. Wer hat es gemacht? Interessant wird es für uns hier unten dann auch nochmal mit Import und Export Packages. Und diese Packages geben an, welche, die Import Packages, welche benötigt werden für dieses Bundle, damit das laufen kann. Also das sind die Abhängigkeiten beim Import. Und wir sehen, dass dieses Package org.apache.felix.service.command benötigt, das von einem anderen Package zur Verfügung gestellt werden muss. Ja, und wir sehen nicht nur das, sondern wir sehen auch, dass es in einer bestimmten Version zur Verfügung gestellt werden muss. Jetzt haben wir hier nur Imports. Ich möchte aber auch mal einen Export sehen. Dazu lasse ich mir nochmal die Headers ausgeben von vielleicht, ja, die GoGo Runtime. Das könnte vielleicht sein, haben wir hier einen Export dabei. Nee, dann, doch, doch, hier gibt es einen Export, ich habe es übersehen. Hier kommen die Exports zuerst. Export Package, das heißt, dieses Bundle stellt diese Packages für andere zur Verfügung. Das heißt, wir brauchen unbedingt dieses Bundle, damit die Shell lauffähig ist. Dafür brauchen wir die GoGo Runtime. Ja, das, was wir hier gesehen haben mit den Bundles noch, das ist der Bundle Layer aus dem OSGI. Der ist recht nützlich, um Komponenten zu installieren, die Abhängigkeiten dazwischen zu beschreiben. Ja, und das ist eine Besonderheit der OSGI-Plattform. Alles, was ihr da macht, ist irgendwo im Bundle drin. Ein Bundle hat Abhängigkeiten, die müssen da sein. Und das ist auch der Punkt, an dem man oft ansetzen muss zur Fehlersuche, wenn halt irgendwo eine Abhängigkeit nicht gefunden wird, eine falsche Version da ist und so weiter. Aber da leistet auch dieser Headers-Befehl, ja, wertvolle Dienste. Gut, soviel mal zum Apache Felix. Gut, soviel mal zum nächsten Mal.